Schneid mal den Strohhalm in der Mitte durch. Mittlerweile kennt ihr den Strohhalm ganz schön gut, denn er filtert 99,9999% aller Verunreinigungen und ich hab wirklich schon alles mögliche damit getrunken. Zum Beispiel Cola, Wasser aus einer Pfütze im Wald, Red Bull und sogar Kakao. Nie zuerst Kakao, erst immer Milch, dann Kakao. Er war zwar ziemlich teuer, aber ich möchte genauso sehr wissen, was da drin steckt wie ihr. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Plastikkühle angesägt und so sieht der Filter von innen aus. Im Innenleben befindet sich ein Mikromembranfilter. Diese Filterkabel sehen aus wie Spaghetti. Der Durchmesser der Löcher in diesem Filter ist gerade mal 0,2 Mikrometer. Das sind 0,0002 Millimeter. Zum Vergleich dazu hat ein Kaffeefilter Löcher, die 100 Mal größer sind. Das heißt, diese Membran hier hat auch Bakterien, zum Beispiel Salmonellen, rausgefiltert, die etwa 1,5 Mikrometer groß sind. Ganz ehrlich Freunde, ich frag mich, wie das riecht. Moment. Moment. Oh.